so wir sind hier wieder am sonntag sonntagabend wir spielen heute fortress es sind noch 40 sekunden zum spielen und ja das letzte mal hat gut funktioniert zum schluss waren wir auf rang 12 insgesamt von allen gilden war richtig nice gaben haufen belohnung heute muss ich wieder schnell sein die ersten drei teams aufbauen rausschicken fertig so okay also einen helden rein ihr werdet gleich sehen was ich meine das gibt dann wenigstens ganz schnell punkte so und daher und der nächste daher und raus und daher so und dann mache ich mir jetzt noch einen dritten so und auf den werde ich dann jetzt warten der geht dann und daher so okay und ich kann mir da jetzt die teams zusammenstellen wie ich sie gerne hätte inwiefern halt nicht gekämpft wird also mein team 2 geht mal nach hinten und jetzt machen wir uns mal die teams fertig und team 3 also ich warte bis jetzt der fertige kämpft hat dann gehe ich raus okay so remove und remove so immerhin habe ich jetzt die ersten punkte geholt so hat jetzt nicht funktioniert so immer mal daher so du startest so so dann brauchen wir so dann geht es weg und so 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 So, und dann machen wir da oben, das geht so nicht, du kriegst ein Heel dazu, und du musst natürlich so jetzt kämpfen, so, ok, und wie sieht es jetzt aus, so, da sind zwei, ich schau mal, ob sich das so ausgeht, da unten, wir wollen natürlich alle in die Mitte, das ist glasklar, zehn Verteidiger, sechs Verteidiger, ich gehe, na, eigentlich könnte ich da her gehen, so, hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich da die Teams zusammen hatte, aber, das geht schon, das geht schon so halbwegs, so, sieben Angreifer, zwei Verteidiger, langsam, aber sicher, können wir die da abschneiden und dann angreifen, so. Okay, die wichtigsten Punkte halten wir, das ist einmal da unten, den kleinen Turm und da oben, den großen, das ist einmal für den Anfang ganz, ganz praktisch, mal schauen, sonst ist er schon wieder weg, das heißt, dann könnte ich ja eigentlich mit dem gleich weiter angreifen, zwei, zwei, da oben, passt schon, ich gehe da her, ok, und da unten, okay, es wird gerade, so, macht mir natürlich, der SK macht natürlich wieder richtig Schaden, das ist halt immer schlecht, aber, so prinzipiell, umhauen, ok, ich habe es geholt, so, dann könnte ich theoretisch, da weiter, da wird es halt natürlich länger dauern, oder? ok, da geht nicht weiter, so, ok, der muss einmal rundherum, es wird einfach, viel zu viel angegriffen, 10 mal, 13 mal, was ist, wenn ich da weiter hergehe, und das muss man dann in der Mitte vielleicht erobern, das wäre ganz praktisch, so kompliziert rundherum, ok, wenn es nicht anders geht, ok. schauen wir mal, jetzt haben wir in der Mitte, nein, die blauen sind in der Mitte, macht aber nichts, prinzipiell schaut das Ganze schon richtig, richtig gut aus, so, 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 dax, ja, aber zum Glück sind die so weit unten, ach, der rennt wieder ewig, ok, ok, 1 und 3, so, Mitte ist frei, ok, 1 und 3, so, Mitte ist frei, so, und, jetzt schauen wir mal, uah, 15 Verteidiger, uff, 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 ok, sind abgeschnitten, das müssen alle, 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 alle wissen, dass man da jetzt noch was machen kann, so, sieht ja fast gut aus, aber das wird uns natürlich komplett zerstören, so, 7, dann ist das höchstwahrscheinlich der letzte Angreifer, oder der letzte Verteidiger, sorry, mein Fehler, dann wird er doch wohl, ach, schau dir das an, wurde wiederbelebt, also, der zerlegt ihn tatsächlich noch, und das ist noch immer total verpackt, na los, wird es ja wohl schaffen, so, dann muss ich mir wohl neue Teams zusammenstellen, aber das ist ja überhaupt gar kein Problem, und zwar starten wir mal so, was ist drum, du kommst da, du nach hinten, du musst nachher, brauch ein bisschen irgendwie, ok, mit ihr geht's gleich da weiter, 1, da komm ich nicht durch, ok, dann machen wir uns ein drittes Team, so, ok, das ist relativ egal, weil ich da jetzt beim Team nicht mehr allzu viel was zur Verfügung habe, aber, und das geht's nicht, die werden dann jetzt nur noch verteidigen, die kommen da runter, und tun nur noch verteidigen, 8 Angreifer, ok, dann, oder ist oben besser, 12 Verteidiger, 4 und 5, eigentlich müsste er eigentlich nach oben gehen, 7, ich hoffe, komm dir mal raus, gell, jetzt ist er, jetzt ist er im Kampf, und das war's, ok, wie schaut's da in der Mitte aus, die Ducks kämpfen gegen Shadow, die werden sich da jetzt dann wieder richtig zerlegen, das einzige Problem ist, die Roten, die haben alle Helden da drin, und sind eigentlich schon Game Over, zumindest fürs erste Drittel, die Ducks, die haben halt sowieso unendliche Ressourcen, 140 Punkte ist jetzt nicht unbedingt allzu berauschend, aber, ist ok, kann man lassen, so, und da wird's auch schon wieder, und endlich lang gekämpft, aber, wir müssen einfach da beim großen Turm jetzt die ganzen Leute positionieren, für die zweite Hälfte, dann einfach alles reinschicken, und es gibt dann Haufen, Haufen Punkte, insgesamt sind wir Nummer 2, die Violetten, die haben halt ewig lang die großen Turmek halten, macht aber nix, das wird sich jetzt dann mit den Punktenvergaben definitiv ändern, das bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, so ist es eigentlich immer. So, wie weit wird da gekämpft? Die Runde ist gleich vorbei, es geht ja jetzt nur noch ums Halten und ums Verteidigen. Ja, da hätten wir hergehen sollen, aber das, wie hätte sich denn das ausgehen sollen? Ja, da hätten wir Team 1, kann das sein. Ja. So, und so, da geht's jetzt einfach nur Schadensbegrenzung, kurz vom Wechsel, aber das Gute ist, dass die da unten sind und sich da unten richtig Gas geben. Was ist jetzt bis jetzt? Ähm. Was ist jetzt bis jetzt? So, noch 3 Minuten. Ach, gar nicht. Einmal nochmal so weg. Okay. Das wird dann jetzt schwierig werden. Die haben jetzt extrem viele Leute. in der Mitte. Ja, jetzt sehen wir es leider nicht und ich kann eine angreifen. noch 2,5, also 2,50. So, okay, wie viel haben wir da? Wir verteidigen das sicher noch. 2 Minuten, das geht locker. 11 Verteidiger, das geht sicher auch noch. Der Rest da oben müsste bald fallen, also 4 Verteidiger. 13 Angreifer wird schon werden. Ja. Okay, meine Teams sind weg, aber ich werde jetzt keine 9 machen. aber obwohl ich könnte mir ja, ach na, kann ich nicht, mir fehlen ja die ganzen, die ganzen Helden, damit ich mir da die, das richtig tolle Team zusammenstellen kann. 1,40 haben wir noch so wie schon. Wie schaut es da aus? Ja, das, wir verteidigen das jetzt richtig gut und werden es natürlich komplett abschneiden da davon. Und jetzt haben sie uns halt richtig richtig schicht erwischt, weil die Roten oben alles nur in einer Line haben, also alles voll viele Truppen. und da unten haben die sich einfach gerade breit gemacht. So, da werden wir gleich wieder schimpfen. So. So. weil das ist natürlich jetzt richtig richtig schlecht. die Idee, so wie die. Das ist einfach das gleiche Wort wie die. Die Truppen. Heißt einfach nur die Truppen. so sieben sekunden noch